Hallo, willkommen bei Produkterfahrungsberichte. Dieser Artikel hat eine Bewertung von 5,0 von 5 Sternen. Ein Kunde sagt, dies ist mein erster Kauf eines LED-Leuchtmittels, als Ersatz eines 75W-Halogen-Strahlers. Ich hatte etwas bedenken, ob dieses LED auch schönes angenehmes Licht macht und wurde sehr positiv überrascht. Das Leuchtmittel ist mindestens genauso hell wie der alte Strahler. Die Lichtfarbe ist angenehm warm und passt sehr gut zum Licht meiner noch zusätzlich vorhandenen 5x35W-Halogen-Leiste. Das Leuchtmittel scheint mir einen SMD-Leuchtchip zu haben, jedenfalls kommt das Licht aus einem quadratischen Feld unten an seiner Mitte. Hierzu hatte ich in der Artikelbeschreibung leider keine Angabe gefunden. Zur Temperaturentwicklung kann ich nichts sagen, da ich es in eine Strahlerlampe unter der Decke eingebaut habe. Langzeiterfahrungen habe ich auch noch nicht, ich hoffe es hält so lange wie angegeben. Danke für das Anschauen unseres Videos. Bitte hinterlassen Sie eine positive Bewertung.